Mein Name ist Heinz Karrer, ich bin Präsident von IPA-RUISBIS. Bravo von der Kaleidos Digital Academy möchte über den Teil-Lockdown der Schweizer Wirtschaft sprechen, über die möglichen wirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen, wie eine mögliche schrittweise Lockerung aussehen kann, also ein Zurück zu einer Normalität und auch einen Blick in den Kulissenwagen, also beispielsweise wie eine Zusammenarbeit mit dem Bundesrat aussehen. Im Rahmen der Kaleidos Digital Academy möchte ich über den Teil-Lockdown der Schweizer Wirtschaft sprechen. Mach doch mal!